Ja, also dann stellen wir jetzt einmal das Rollenspiel Cinema vor. Könnt ihr bekommen, wenn ihr daran Interesse habt, auf www.rollenhörspiel.de. Die ganzen Links dazu packe ich natürlich auch in die Videobeschreibung hinein. Da könnt ihr dann mit wenig Aufwand das Ding sofort finden. Und ansonsten übergebe ich dann einfach mal das Wort über dieses Rollenspielsystem, was ein Universalsystem ist, an den Marot, weil der das erfunden hat. Wie stellst du vor, ich soll jetzt einfach erzählen? Oder machen wir so eine Frage noch mal draus? Vielleicht erzählst du erst mal ganz kurz, was du mit diesem Rollenspiel überhaupt wolltest und warum du das irgendwie gemacht hast und so. Und dann, wir sind ja jetzt hier irgendwie auch in einer kleinen Gruppe zusammen. Wir schauen da gleich auch mal drauf auf das Ding. Und, ja ... Du wirst es wahrscheinlich refreshen müssen. Also, die Seite Blank hat's. Die musst du refreshen, weil wir jetzt schon relativ lange da drauf sind. So, ja, das muss ich ja machen. Weil das ist so ein bisschen so eine ... Das funktioniert jetzt nicht mehr. So, wir können natürlich auch irgendwie, wenn ihr zwischendurch Fragen an den Marot habt, oder so im Chat auch oder hier irgendwie vor Ort, weil wir haben ja mit Kako Umbreon ja auch Leute dabei, die das gar nicht kennen. Wir schauen da jetzt einfach mal drauf auf. So ganz unbedarft irgendwie erzählst einer neuen Runde, hey, ich hab hier ein Rollenspiel. Sollen wir das nicht spielen? Dann überzeuge uns mal von deinem Ding. Alles klar. Ja, kein Problem. Also, Sinema. Dazu muss ich so ein bisschen erzählen, wer ich bin und was ich mache und schon immer auch gemacht habe. Ich spiele schon viele, viele Jahre Rollenspiel und war aber immer, war nie so wirklich in der Szene drin. Hatte man eine sehr feste Gruppe und hab dort einen sehr eigenen Stil gespielt, wo ich sehr viel Freiheiten hatte und immer wieder eigene kleine Systeme entwickeln konnte. Das waren eigentlich immer nur Hacks, aber ich hatte da alle Möglichkeiten, alles zu entwickeln und zu bauen, und wie mir es gerade gepasst hat. Und dadurch ist eine sehr eigene Sicht aufs Rollenspiel entstanden, über mittlerweile, ja, 32 Jahre oder länger. Und dann kam ich 2018, also sehr, sehr spät, überhaupt erst zum Online-Rollenspiel und hab dort auf der Drachenzwänge, meiner Heimatseite, ganz viele verschiedene Systeme, Fade und was weiß ich, innerhalb von kürzester Zeit kennengelernt. Hab quasi jeden Tag gespielt, irgendwie zwei Jahre lang, fast jeden Tag Rollenspiel gespielt, wie verrückt, alle möglichen Systeme. Hab bei Skarsgalkuhl, der ja heute auch im Chat ist, mitgehört, mitgespielt und hab da auch gesehen, dass ich sehr, sehr nah mit meiner eigenen Vision an dem ist dran bin, was dort als immersives Rollenspiel bezeichnet wurde. Und da kam, dann hab ich parallel gesehen, dass es solche Sachen wie den Nerdpool gibt und dass es da, dass man da Sachen aufnehmen kann. Ockenspalter kannte ich schon, aber die anderen Sachen noch nicht so, dass es da eine richtige Szene gibt. Und relativ schnell formte sich in mir der Gedanke, ja, das will ich jetzt auch machen, aber ich will es irgendwie anders machen. No disrespect für alle, die das machen, aber ich wollte halt irgendwie mein eigenes Ding draus machen und dann war sehr klar, die Sache, die ich machen will, kann ich mit den Mitteln, die ich im Moment zur Verfügung habe, nicht. Ich brauche ein Spielsystem, was es mir leichter macht, weil ich will ein so immersives Rollenspiel machen, dass ich dann später im Schnitt nicht mehr so viel schneiden muss. Ich muss jetzt immer noch unfassbar viel schneiden, aber das sind dann ganz andere Sachen. Was ich nicht mehr schneiden muss, sind Regel, Diskussionen und Regel Ausspielungen. Und das war der Gedanke bei Cinema. Erschaffe ein Rollenspielsystem, mit dem du sehr schnell und sehr immensiv live oder dann auch für eine Aufnahme Geschichten gemeinsam erzählen kannst. Also das ist die Idee. Und gleichzeitig ist es natürlich wunderbar, für nicht Aufnahmen zu benutzen, weil was es tut, was Cinema tut, ist, es nimmt die Langsamkeit aus dem Spiel, die dadurch entsteht, dass wir immer wieder in die Metaebene rutschen müssen. Also Koran, der Barbar, rennt die Treppe hoch und stellt sich den Skelett-Barbaren. Okay, jetzt würfel mal bitte 3W20. Und dieser Satz, der fällt raus in Cinema. Weil in Cinema rennt Koran, der Barbar, die Treppe hoch gegen die Skelett-Barbaren, zieht sein Schwert, schlägt ihm den Kopf ab. Die fallen in tausend Trümmer zusammen. Er springt nach oben zur großen Tür. Die ist zu, er rüttelt an ihr. Da würde jetzt der Spielleiter im normalen System wieder rufen. Ja, okay, jetzt, wie machst du denn das? Würfel mal auf Kraft oder sowas. Nein, aber Koran, der Barbar, rüttelt einfach an der Tür und weil er so unglaublich stark ist, rüttelt er und rüttelt er und dann ist klar, die Tür bricht auf. Er kommt da, kommt durch da und dort ist die Prinzessin vom Dämonen-Piraten irgendwie gefangen genommen. So, und Cinema will genau das. Deswegen heißt es auch Cinema. Cinema will diesen Kino-Effekt erzeugen, dieses Gefühl, ich bin voll dabei, ich bin in der Geschichte und ich falle auch nicht raus. Ich komme nicht mehr aus der Geschichte raus, sondern ich bin völlig drin und erzähle jetzt gemeinsam mit dem Spielleiter und den anderen Spielern der Geschichte. Und durch diese Immersion, die nie unterbrochen wird oder so gut wie nie unterbrochen wird, schaffen wir es alle, unsere Gedanken so stark wie möglich miteinander zu verknüpfen, damit wir alle einen Film sehen, den wir sonst alleine niemals hätten erzählen können. Das ist Cinema. So, das war der Pitch. Und weil man jetzt natürlich sagen muss, Immersion, so wie du sie jetzt gerade schilderst, ist halt dieses Gefangensein, oder in Anführung gefangen ist halt auch ein negativ besetztes Wort, aber dieses hinein, ganz hineinbegeben in die Geschichte. Genau. Also Immersion in dem Fall meint die höchste Stufe von Immersion wirklich völlig in diesen Flow kommen und völlig in dieser Geschichte gefangen sein und völlig da reinkommen und mit den anderen sie gestalten. Und meine Theorie ist eben, dass durch diese permanenten Regelunterbrechungen das schwerer wird. Das ist nicht unmöglich. Umberion hat uns das ja sehr deutlich vorhin gemacht mit seiner Geschichte. Umberon, Entschuldigung. Umberon. Umbreon. Umbreon. Genau. Du bist nicht mein alter Rakelighter, der konnte das auch nicht sagen. Schwierig. Okay. Also Umbreon hat uns das ja sehr deutlich gemacht, vorhin schon, dass das auch in taktischen Rollenspielen durchaus funktionieren kann. Aber es ist leichter ohne Duett-Überbrechung. Also das wäre nur meine These. So. Und wie macht das Cinema? Die Antwort ist sehr einfach und gibt es auch. Das habe ich nicht erfunden. Das gibt es auch in DSA teilweise und in allen möglichen anderen Rollenspielen. Kann man das, man kann das in jedem denkbaren System benutzen, theoretisch. Das ist nur in meinem sehr einfach. Nämlich, die Spieler haben nichts mit den Regeln zu tun. Die Spieler würfeln nicht. Die Spieler reden nicht über Regeln und die Spieler wenden auch keine Regeln an, außer mit ganz leichten Ausnahmen. Die Spieler spielen ihre Figur. Die Spieler und Spielerinnen beschreiben, was sie tun. Beschreiben, was gerade passiert. Beschreiben, was sie vorhaben. Reden im Dialog. und das ist alles, was die Spielerinnen machen. Und der Spielleiter, die Spielleiterin, hat im Hintergrund gewisse Mechaniken, im Sinne mal sind die bewusst, sehr kompakt, aber dadurch nicht irgendwie simpel gehalten, sondern einfach nur sehr kompakt, mit dem er oder sie im Hintergrund würfelt und so die Geschichte trotzdem mit einer Zufallsmechanik weiter vorantreibt. Weil ich bin durchaus der Auffassung, Freeplay ist eine schöne Sache, aber Freeplay, also Spielen ohne Würfel, ohne Regelmechaniken, hat den Nachteil, dass ich mich eben nicht mehr selbst so sehr überraschen kann. Es geht schon noch, aber nicht so sehr, wie wenn ein Würfelwurf entscheidet, ob etwas gelingt oder nicht. Und deswegen versucht Cinema diese Komponente, also diesen taktischen, diesen Zufallsaspekt durchaus drin zu haben, aber auch so runter zu dampfen, dass es schnell vom Spielleiter, von der Spielleiterin schnell benutzt werden kann, ohne dass viel Zeit verloren geht. Das ist keine leichte Aufgabe für die Spielleitung und das muss man ein bisschen üben, aber es kann meiner Ansicht nach jede Person, man muss es einfach nur ein bisschen üben und die eine Person braucht ein bisschen länger dann und dann gibt es halt mal eine Schweigepause, aber theoretisch kann es jeder machen. Das ist überhaupt kein Problem, weil mit den Online-Mitteln, die wir zur Verfügung haben, kann man einfach auf ein Makro klicken, das hat man sich vorher eingestellt und dann würfelt man einen gewissen Würfelwurf und dann können die Leute und dann sehe ich, hat mein Spieler, der gerade beschrieben hat, wie er eben wie die Wand hochklettert, das geschafft oder auch nicht. Und das ist die Grundidee, theoretisch in jedem System zu verwenden. Mein System hat gewisse Elemente, die es sehr leicht machen, aber ich kann damit auch Corsolo spielen, also mit der Prämisse. Cinema ist letztlich kein Regelsystem, sondern eine Idee, nämlich die Idee, dass wir die Regeln hinter den Vorhang ziehen. Ja, danke erstmal für die kleine Einführung. Jetzt interessiert uns natürlich brennend, wie das funktioniert. Also wie kriegst du das hin, dass das irgendwie hinter dem Vorhang stattfindet und was passiert denn dann wirklich hinter dem Vorhang und wie, und du hast ja gerade gesagt, die Spieler haben keine Berührungspunkte groß mit der Regelmechanik, aber ein bisschen Berührungspunkte haben sie ja schon noch, weil der Spielleiter muss ja wissen, was und wann er würfeln muss und sowas. Also die Spielsystematik würde mich jetzt schon noch ein bisschen interessieren. Also, was ich jetzt gerne vorstellen kann, ist die erste Version von Cinema, also die erste Variante, die ich entwickelt habe, aus dem Gedanken heraus, okay, ich komme jetzt mit einer Idee, die eigentlich eher aus der Steinzeit des Rollenspiels stammt, nämlich, dass der Spielleiter absolute Macht hat und da muss ich so ein bisschen was reinbringen, was, wo eine gewisse Kontrolle für die Spieler durchaus noch da ist und das ist jetzt die erste Variante und was die tut, also ich weiß nicht, sieht man gerade diesen Tisch, wenn man diesen Tisch gerade sieht, ja, super, da seht ihr so ein paar Komponenten, also erstmal, hier steht Name, Befähigung, Befähigung, das ist das Charakterblatt, also das ist das Charakterblatt der Figur, man kann natürlich jetzt noch zusätzlich irgendwelche Informationen sich aufschreiben auf dem Blatt oder auf dem Virtual irgendwie bei World 20 oder sowas, Alter, Charaktereigenschaft, kann man alles machen, ist auch sinnvoll, aber das, was ich als Spielleitung wissen muss, ist das hier, nämlich der Name und die Befähigung, die eine Figur hat, die Befähigung sind letztlich nichts anderes als Attribute und Fähigkeiten und Skills und Vorteile aller Art, Nachteile nicht, das System sieht keine Nachteile vor, weil das System erwartet, dass die Spieler die selbst ausspielen und die Spielerinnen, dass sie sich selbst mit Nachteilen beladen, ganz einfach, um das Spiel Interessante zu machen, gibt im Moment keine Mechanik, die Nachteile vorsieht. Also, Befähigung, was können das sein? Das kann letztlich alles sein, was irgendeinen Vorteil gibt und den ich als Spielleitung dann auch wahrnehmen kann als Vorteil. Zum Beispiel könnte jetzt irgendjemand die Befähigung Schwertkampf haben. Ganz simpel und dann ist schon mal klar, die Person kennt sich besser aus mit Schwertkampf als andere. Dann kann es auch die Befähigung Redegewand geben, okay, da kann man irgendwie besonders gut reden, oder? Es kann aber auch eine Befähigung geben, die eine Connection ist, also die eine andere Person bedingt. Also das ist sehr fätig, also ihr merkt es, das ist sehr an Fait angelehnt und also kann zum Beispiel sein, berühmt bei der Mafia oder sowas oder von der Mafia gefeiert oder so und bei allen Dingen, die dann um die Mafia gingen, gäbe es dann gewisse Vorteile. So, aber was sind das für Vorteile? Da reden wir kurz über das Würfelsystem. Ich bin ein großer Fan von Würfelsystemen, die kein Gewinnen oder Scheitern haben, also kein dualen Würfelsystem, sondern etwas aufgegliederten Würfelsystemen und meins ist vierteilig. Ich habe ein W10-Würfelsystem, man würfelt erstmal auf alles, was man logischerweise können kann. Also Cinema sieht nicht vor, dass ich jetzt alle möglichen Fähigkeiten habe, wie Schwimmen oder sowas. Das kann ich auf einem Würfel. Wenn ich aber ein toller Schwimmer sein will, dann habe ich eine Befähigung dazu. So, also man würfelt mit erstmal, sagen wir jetzt Schwimmen, habe ich keine Befähigung, dann würfelt man mit einem W10 und dann haben wir hier dieses Würfelsystem. Bei einer 9 bis 10 gelingt das und zwar auch gut. Bei einer 7 bis 8 gelingt es, aber irgendwas geht noch schief. Irgendeine Kleinigkeit, die die Geschichte interessanter macht. Und hier ist wichtig, es geht nie darum, die Spieler kaputt zu machen und die Spielerinnen zu ärgern, sondern es geht darum, die Geschichte spannender zu machen. Also die Spielleitung hat auch die Aufgabe, freundlich zu sein und der Fan, das kennt man von PDBA ja auch, der Fan der Spielerfiguren zu sein. 4 bis 6 bedeutet, etwas scheitert, aber auch hier soll das Scheitern nicht absolut sein, sondern es scheitert etwas, aber man kann als Spielleitung jetzt andeuten, dass es eine andere Möglichkeit gäbe, das Problem zu lösen. Und bei 1 bis 3, das ist ein völliges Scheitern und aber so bitte, dass es eskaliert, also dass die Geschichte wieder interessanter wird. Also ein Scheitern sollte niemals sein, das ist wieder dieses Failing Forward, kennt man von PDBA auch. Also ein Scheitern sollte nicht sein, ich versuche eine Tür zu öffnen und dann heißt es, ah ja, die Tür geht nicht auf. Das wäre ein Scheitern, was nicht interessant ist. Ein Scheitern, was interessant ist, ich versuche die Tür zu öffnen, die Tür geht nicht auf und dabei gibt es ein so lautes Geräusch, dass irgendjemand das hört und das treibt die Geschichte voran. Also immer sollte die Geschichte in irgendeiner Weise davon profitieren, dass jemand etwas tut. So, das ist die Grundidee, kommt auch nicht von mir, wie gesagt, PDPA, Fade, benutzen alle diesen Gedanken. Das ist einfach ein moderner Rollenspielgedanke, denke ich, der einfach das Spiel spannender macht. So, aber jetzt denkt ihr euch, okay, Moment mal, also ich habe einen Würfel und vielleicht denkt ihr es auch schon, wenn ich jetzt eine Befähigung habe, wie Klettern zum Beispiel, und jetzt diesen Turm hochklittern will, dann habe ich auch noch eine Befähigung, dann habe ich durch die Befähigung einen weiteren Würfel. Das heißt, ich hätte dann zwei W10 und diese zwei W10, die würfel ich nicht selbst, sondern die Spielleitung würfelt dann für mich und zwar meistens verdeckt. Man kann es auch offen machen, habe ich noch nie gespielt, weil ich das Gefühl habe, das stört die Emission, wenn die Leute dann auf die Würfel gucken und versuchen zu interpretieren, was daraus passiert. Weil, wie gesagt, eine Person will den Turm hochklettern, sagt das auch, ich klette den Turm hoch. Ich als Spielleiter schaue dann, Befähigung, klettern und dann würfel ich mit zwei W10. Sagen wir mal, ich habe jetzt eine 7 und eine 1 gewürfelt. Der höchste Wert zählt. Ich will hier nur einen Erfolg, weil es ist eine normale Probe. Nur bei sehr schwierigen Sachen würde man zwei oder drei erfolgen wollen. So, also ich will nur einen Erfolg, passt, sieben bis acht gewürfelt, etwas gelingt, also dann beschreibe ich, du kletterst den Turm hoch, aber ein Stein fällt runter und macht ein lautes Geräusch. Das wäre wieder so ein klassisches Ding und dann haben wir die Möglichkeit, dass ein Wächter die Chance hat, einen zu entdecken, aber noch nicht unbedingt entdeckt hat. So, jetzt will aber der Kletterer sicher gehen, dass das nicht passiert oder zumindest einen kleinen Einfluss haben, dass das nicht passiert und deswegen hat er die Möglichkeit, er hat sogenannte Kommandos und diese Kommandos, die sieht man da unten. Ich konzentriere mich, ich strenge mich an, ich gebe alles. Ich habe jetzt hier in dem Ding vergessen, die Würfelzahl hinzuzuschreiben. Normalerweise mache ich das immer und zwar ist es so, jedes Kommando, abhängig von seiner Stärke, gibt eine gewisse Anzahl von Zusatzwürfeln. Ich konzentriere mich, gibt einen weiteren W10. Ich strenge mich an, gibt zwei W10 und ich strenge mich an, gibt zwei W10 und ich gebe alles, gibt drei W10. Und ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, also ich versuche diesen Turm da hoch zu klettern und dabei strenge ich mich an. dann weiß die Spielleitung, alles klar, der hat klettern, zwei Würfel, außerdem strengt er sich an, vier Würfel und dann würfelt der mit vier Würfeln für mich. So. Jetzt fragt ihr euch, ja, aber Moment mal, das kann ich ja dann immer, dann sage ich doch immer, ich gebe alles. Nein, weil die sind natürlich limitiert, diese Kommandos. und zwar durch diese grünen Punkte, die ich hier oben hin, die Dramatokens, nenne ich die noch im alten Regelwerk, im neuen werde ich die umbenennen. Aber im Moment heißen sie noch Dramatokens. Und wenn ich jetzt die quasi, das Kommando gesprochen habe, ich strenge mich an, dann ziehe ich zwei Stück, also für jeden Würfel quasi, einen in die Mitte dieses Feldes, da sind sie dann weg und dann weiß die Spielleitung, alles klar, zwei Zusatzwürfel. So. So. Und das letztlich ist die Essenz des Spiels. Also auf die Weise haben die Spieler die Möglichkeit und die Spielerinnen die Möglichkeit, Einfluss ein bisschen darauf zu tun, wie viel gewürfelt wird, aber auch einfach diese wichtigen Momente auch dramatisch auszudrücken. Also ich will, dass das jetzt gelingt und das kann ich jetzt hier durch das Kommando, ohne aus der Emotion zu fallen, weil das Wort, ich konzentriere mich, ist relativ simpel gesagt und ist auch nicht immersionsbrechender, zumindest nicht sehr immersionsbrechender. So. Letztlich ist das die Idee. Es gibt jetzt noch ein bisschen was dazu, nämlich ich kann scheitern bei dem, was ich tue, ich kann Schaden nehmen bei dem, was ich tue und dafür gibt es hier diese Beeinträchtigungstoken, das sind diese schwarzen Punkte. Wenn ich jetzt hier gegen die Skeletttypen vom Anfang gekämpft habe und einer von denen trifft mich, also das Würfelsystem, also im Würfelsystem würde dann im Kampf zum Beispiel, da wird dann vergleichende Probe gemacht, wer hat mehr Erfolge letztlich. Also die Person, die Koan der Barbar hat irgendwie geschrien, ich springe auf die Skelette zu und strenge mich dabei an, kriege zwei Zusatzwürfel, würfelt jetzt mit vier Würfeln irgendwie drei Würfel über sieben, weil beim Kampf ist alles über sieben ein Erfolg und die Skelette würfeln nur zwei Erfolge. Dann hättet ihr zwei Bonus-Erfolge und dann würden das die Schaden nehmen. Ich gehe jetzt nicht zu arg ins Detail, das kann man dann im Regelwerk nachlesen, wie das genau gemeint ist und wie man das genau macht. Aber letztlich auf die Weise wird dann verglichen, wer hat mehr Erfolge und der beschreibt dann auch, was passiert, hat dann das Erzählrecht in dem Moment und beschreibt seine Handlung. So. Und jetzt kann es aber natürlich andersrum laufen. Die Skelette haben jetzt Korn verletzt und sagen wir mal, hatten zwei Überschusspunkte, also zwei Überschussschaden und er kriegt zwei Schaden und dann würde er quasi hier zwei Beeinträchtigungstoken geben. Und das Interessante ist jetzt, wir sehen jetzt hier in dieser Situation hier, hat unsere Figur, der Kohan, hat jetzt hier zwei Dramatoken und zwei Beeinträchtigungstoken. Erstens ist es so, bei vier Beeinträchtigungstoken verändert sich was in der Geschichte. Also die Figur ist nicht mehr handlungsfähig, die Figur ist bewusstlos oder die Figur stirbt sogar, abhängig von der Erzählung. Also abhängig davon, was gerade Sinn macht. Wenn die jetzt hier 100 Meter die Tiefe runtergestürzt ist, dann wird sie wohl tot sein. Aber vielleicht ist sie einfach nur K.O. gegangen, weil irgendwie ein Schlag auf den Kopf. Das hängt von der Erzählung und auch von der Spielleitung ab. Und von der Logik von dem, was eigentlich einfach passiert ist. So. Aber jetzt haben wir ja jetzt hier im Moment so, dass wir hier zwei Beeinträchtigungen haben und zwei Dramatoken noch. Und jetzt geht das Spiel weiter, die Figur ist leicht verletzt, was auch immer. Das macht dann in der Geschichte Sinn, das wird dann irgendwie definiert, Platzwunde oder sowas und eine Schusswunde in der Schulter. Und das Spiel geht weiter, er gibt weitere Dramatoken aus für andere Handlungen. Und jetzt kommt ein wichtiger Aspekt, nämlich immer wieder im Spiel, und zwar bitte so häufig wie möglich als Spielleitung, sollten diese Dramatoken aufgefüllt werden. Also immer, wenn eine Szene endet zum Beispiel und ein kleiner Zeitsprung ist, ist es sinnvoll, die Dramatoken aufzufüllen. Immer, wenn irgendwie eine schöne Gesprächsszene passiert, wo keine Action ist und irgendwie die Spielerinnen schön in die Immersion kommen, dann kann man die Dramatoken auffüllen. Oder auch in einer Action-Szene, wenn jemand eine Handlung macht, die so toll oder irgendwie so nachteilig für sie selber ist, weil der Charakter so schön ausgespielt wird, dann kann man mal zusätzlichen Dramatoken zusätzlich geben. So. Aber, jetzt kommt das Entscheidende. Sollten hier Beeinträchtigungspunkte liegen, dann darf, dann fülle ich quasi nach jetzt der Action-Szene, ist jetzt eine kleine Gesprächsszene und ich fülle hier auf. Ich fülle aber nur noch bis zu vier auf. Es wird immer bis zu vier aufgefüllt. Wenn hier also schon zwei Beeinträchtigungstöten liegen, kann ich nur noch zwei Dramatoken auffüllen. Das heißt, je verletzter ich bin, umso weniger Handlungsspielraum habe ich. Ich finde, das drückt sehr gut auch diesen Verletztheitszustand aus. So. Diese Beeinträchtigung kann ich dann durch rollenspielerische Handlungen, keine Ahnung, Heilung oder Zauber oder vielleicht auch einfach nur Rast, wegkriegen. Auch abhängig davon, was die Geschichte erzählt. Also und was für eine Verwundung ich überhaupt habe. Wenn ich nur eine Gehirnerschütterung hatte, dann geht es leicht weg. Dann warten wir eine Szene und es geht wieder weg. Aber wenn das jetzt eine Stichwunde ist, sollte die schon jemand behandeln. Und wenn die behandelt ist, dann ist die vielleicht noch da, aber regelrelevant nicht mehr und dann kann man das auch wegziehen. Generell sollte man mit den Spielern nicht zu hart umgehen. Es ist Cinema, es heißt Cinema, lebt davon, dass die Figuren die Hauptfiguren sind. Also wenn die jetzt reihenweise gleich am Anfang wegen harter Simulation sterben, würde das die Geschichte, wäre das für Cinema nicht so gut. Kann man natürlich machen, ist aber eigentlich nicht die Idee von Cinema. In Cinema sind die Charaktere, die Stars, die Hauptdarsteller der Geschichte. Und so sollten sie auch behandelt werden. So, das war es eigentlich schon fast. Das ist eigentlich die Grundidee des ersten Cinemas. Es gibt jetzt noch Varianten, die werde ich bald vorstellen, wenn ich mal zum Schreiben komme, wo dann diese Kommandos gar nicht mehr da sind, sondern wo es dann kleine Werte gibt, also so Attribute und sowas, und wo ich dann direkt sehe, okay, der hat jetzt hier Stärke, drei und hat noch eine Befähigung, also würfel ich vier Würfel und dann müssen die gar keine Kommandos mehr sagen und es ist einfach nur noch reines immersives Rollenspiel. Aber für den Einstieg und um so ein bisschen die Kontrolle zu behalten als Spielerin, ist es diese Variante auf jeden Fall gut. Ist aber recht anstrengend für die Spieler. Lines und Wels sind hier noch auf der Karte zu sehen. Ist jetzt hier, glaube ich, nicht mal eine Aufgabe, die zu erzählen, aber die benutze ich immer mit und die kann man hier auch wunderbar reinziehen. Hier gelb für Wail. Ey Leute, hört mal bitte auf, diese krasse Nummer hier zu spielen, die ihr gerade spielt, über Nemaden oder, keine Ahnung, irgendwelche sexuellen Andeutungen oder so. Und dann wissen das die anderen. Und bei Rot ist auch klar, ziehe ich hier rein. Und dann wissen die Leute, okay, die Szene muss jetzt hier enden, X-Card. Diesen Spieltisch, den habe ich vorhin gesehen, noch nicht auf meiner Seite. Das werde ich so bald wie möglich ändern. Den kann man sich dann als Datei runterladen und dann könnte man sich theoretisch auf PlayingCards.io quasi den importieren. Das kann ich mal ganz kurz noch zeigen, wenn wir hier schon mal dabei sind, wie das ginge. Da geht man hier auf diesen grünen Koffer und dann geht man hier auf Room Options und dann... Das sieht man jetzt gerade nicht. Das sieht man jetzt nicht. Das sieht ihr nicht. Ah ja, okay. Ja. Ich mache mal ein Video dazu und dann erkläre ich das nochmal auf meiner Seite. Auf jeden Fall... Das ist relativ selbsterklärend, glaube ich. Also die Seite selber ist nicht sehr schwierig zu verstehen. Ich glaube, versteht jeder. Und die Datei, die ich dann zur Verfügung stelle, damit hättet ihr quasi dieses Setup. Und mit diesem Setup könnt ihr jede Geschichte spielen, die es gibt. Ja, das war's. Danke fürs Zuhören. Ja. Ja, ein grober Überblick über das sehr, sehr Einfache und du hast es kompakt genannt. Das ist eigentlich eine gute Beschreibung. Kompaktes Regelsystem. Hier kam eine Frage von Feder, ob die Gegner auch würfeln. Du bist gemutet. Ja, aber in meinem System würfeln die Gegner tatsächlich und da gibt es verschiedene Varianten, abhängig von, wie komplex man den Kampf gestalten will. Also das kann man auf verschiedene Weise tun, aber wie gesagt, es ist ein vergleichender Wurf. Aber nur bei Kämpfen. Also jetzt bei Wahrnehmungsproben würde ich es eher abhängig machen von der Schleichfähigkeit der Person. Also ich würde jetzt kein NSC eine Wahrnehmungsprobe würfeln lassen, sondern es ist eher dann eine Probe für wie gut schleicht denn oder wie gut versteckt sich denn meine die Spielerin. Aber im Kampf gibt es vergleichende Würfel. Und du hast gerade gesagt, es gibt keine Nachteile in diesem System. Wie macht das denn jetzt ein Spieler, der, also du hast ja gerade gesagt, irgendwie schwimmen oder so kann jeder oder so was oder Radfahren oder so was und wenn du es besonders gut kannst, dann kriegst du eine Befähigung. Aber was ist denn jetzt mit Charakteren, die halt überhaupt nicht schwimmen können? Also das können die für sich so festlegen und das, also dieses System ist nicht darauf ausgelegt, dass es besonders fair ist, ja, sondern es geht darum, dass du, weil du hast ja, du hast ja quasi nur diese vier Dinge, die herausstechen und wenn du jetzt für dich bestimmst, mein Charakter kann nicht schwimmen, dann sagst du das vorher oder du sagst, es wäre ein Spiel und das ist, das ist dann quasi etwas, was du im Rollenspiel dann benutzt und gute Spielleitung wird das dann verwenden. Eventuell könnte man hier dann sagen, okay, wenn jemand das hier knallhart ausspielt, ich kann nicht schwimmen, dann, dann kriegt er dafür Dramatums. Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Ich habe das bis jetzt noch nicht ins System eingebaut, wie bei Fate das ja so ist. Ich habe einen Nachteil und der gibt mir dann auch Tokens. Könnte man machen. Ich habe es nicht gemacht, weil ich es nie für nötig, also es war nie nötig, weil die Spielerinnen geben sich automatisch Nachteile, weil Nachteile machen eine Figur interessant. Wie löst du solche Sachen, wenn Leute rollenspielerisch bestimmte Dinge nicht gut können? Also zum Beispiel sowas wie ich verführe die Wache oder sowas und lenke die damit ab. Das wird dann ja auch irgendwie über einen Würfelwurf geregelt und dann muss aber entweder der Spielleiter oder der Spieler oder die Spielerin oder der Spielleiterin die Beschreibung ja irgendwie übernehmen oder sowas. Oder wie funktioniert das dann? Also ich würde, also erstmal ist es ja eine reine Regelmechanik. Also diese Frage, gelingt es oder gelingt es nicht, ist über unser Würfelsystem klar geregelt und wie gut es dann klingt, ist eine Sache für sich. Also deswegen ist es mir wichtig, dass es ein System dahinter gibt, weil also, dass es ein Würfelsystem, ein Zufallssystem auch gibt und ein Erfolgssystem auch gibt, dass eben jemand, der jetzt nicht hier den Super Romeo spielen kann, trotzdem in der Lage ist, jetzt mal eine Frau abzuschleppen im Spiel, ganz einfach, indem er dann sagt, alles klar, ich spreche die jetzt da an und dabei gebe ich alles. Und dann hat er, also gibt alles und hat vielleicht auch die Befähigung sich gegeben, Romeo oder Verführer, ja, und dann würfel ich das und dann werde, ich würde es dann so regeln, dass ich das über das Interesse der Person, die da angegraben werden soll, dann quasi immersiv regle. Also die wird dann einfach Interesse haben. Wie glaubwürdig das dann ist, man kann es dann beschreiben, ich kann dann ein bisschen helfen als Spielleitung, aber ja, niemand ist hier, muss hier die Aufgabe haben, supergeil und supertoll alles beschreiben zu können. Wenn man das kann, ist das toll, aber das System gibt es her, dass das dann trotzdem gelingt. Und die zweite Sache, die wäre noch irgendwie als Frage für mich, wie funktionieren Aktionen von Spieler gegen Spieler, die ja durchaus mal vorkommen können? Genau, das ist exakt wie beim Kampf, das ist vergleichend. Das heißt, ich würfel, der eine sagt dann, ich gebe alles und würfelt dann und hat eine Befähigung und der andere hat halt keine Befähigung und sagt, er hat halt keine Punkte mehr frei und würfelt dann halt nur mit einem oder so. Genau. Also da ist so eine kleine taktische Komponente auch drin. Es ist auch so ein bisschen, wer als erstes sagt, ich gebe, wie viel Würfel er benutzt quasi, hat so einen kleinen Nachteil. Das ist halt einfach so. Deswegen in meinen späteren Varianten gibt es das dann nicht mehr. Da habe ich dann quasi feste Werte und die werden, dann würfel ich die gegeneinander auf. Aber ja, das passiert auch sehr häufig. Aber das Schöne daran ist, ich mache meistens dann einen Vergleichswurf. In einem Kampf kann man dann auch mal mehrere Vergleichswürfe hintereinander machen und dann damit es nicht so, okay, der gewinnt jetzt einfach, sondern dass es ein bisschen hin und her geht. aber ja, letztlich ist es einfach vergleichend. Das Ganze ist ja nun ein Universalsystem, das heißt, es soll mit allen möglichen Settings irgendwie funktionieren können. Das meine ich bewiesen zu haben, dass es geht, ja. Ich habe ziemlich alles damit gespielt. Wenn ihr auf rollenhörspiel.de schaut, da gibt es einiges an Settings, was schon bespielt wurde. Da kommt ja auch demnächst auch dann zumindest für DSA und für Shadowrun irgendwie, hast du gesagt, kommt irgendwie ein bisschen was raus, wo du ein paar Sachen noch irgendwie erklärst. Für so feste Regelsysteme wie jetzt Shadowrun und DSA, da erwarten die Leute halt gewisse Dinge, die vorkommen müssen. Und also ich brauche bei Shadowrun irgendwelche Regeln für Cyberware und für irgendwie die Magie muss auch irgendwie erklärt werden und die muss dann schon so ein bisschen besser definiert werden. Und bei DSA, wie gehe ich mit den Magiern um? Wie gehe ich damit um, dass Leute super komplexe Charaktere haben? Und da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Das ist jemand, der jetzt DSA 4.1 liebt, wird damit nicht zufrieden sein. Der sollte auch sein, DSA 4.1 weiterspielen, ist ja auch wunderbar. Aber wer jetzt mal in Aventurien spielen will, ohne sich zu hart in diese Regeln da reinzufuchsen, die ich zum Beispiel überhaupt nicht begreife, die gehen gar nicht in meinen Kopf rein, dann habe ich für jeden Respekt, der sich damit so intensiv beschäftigen kann. Und wer das aber nicht will oder auch nicht kann, nicht die Zeit hat, der kann mit Cinema dann einfach sich in die Lore reindenken, das ist ja schon genug Arbeit und hat dann aber so ein paar, also es ist dann ein bisschen komplexer trotzdem, damit halt so ein paar Dinge aus der DSA-Welt abgebildet werden können und aus Shadowrun auch. Und das werde ich aufschreiben irgendwann dann. Da kam gerade schon der Vergleich zu Siebte See. Der hinkt, glaube ich, nicht wirklich, weil Siebte See ja durchaus auch ein System ist, was darauf abzielt, irgendwie auch cineastische Action-Szenen zu beschreiben. Und von daher, denke ich mal, ist da der Vergleich gar nicht mal so weit hergeholt. Wobei Siebte See das ja noch auf die Spitze treibt, würde ich sagen, das ein bisschen ausgefeilter noch irgendwie macht. Dein Fokus ist ja eher, dieses Beschreibende beizubehalten und nicht irgendwie auf das System runter, also auf die Systemebene rüber zu müssen. Genau. Also ich wollte es mal spielen, kam aber dann nie dazu. Deswegen bin ich jetzt nicht so vertraut damit. Aber ich meine, da wird auch von den Spielern gewürfelt, oder nicht? Ja. Ja, genau. Genau. Ja, und also mein Hauptding ist wirklich, die Spieler würfeln nicht mehr. Das ist der Pitch eigentlich. Die Spielerinnen würfeln nicht. Und der Hauptpitch ist nicht Action. Es eignet sich sehr gut für actiongeladenes Rollenspiel, aber das ist nicht der Hauptpitch. Man kann auch total ruhige Runden, wie ich jetzt beweise mit Pompeji, wo ich ja gerade dran bin. Da geht es überhaupt nicht um Action. Da geht es um Familiendrama im alten Rom. Und da wird so gut wie überhaupt nicht gekämpft. Aber das System gibt eben her, dass wir eben andere Proben im Hintergrund abwürfeln können. Ich hätte auch noch mal eine Frage. Gerne. Und zwar bezüglich den Befähigungen, weil das ist so ein bisschen ein Problem, was ich auch mit anderen ähnlichen Systemen schon hatte. Die sind ja komplett frei. Das heißt, ich kann da alles mögliche reinmachen. Oder gibt es da eine Liste von, nee, ist das frei. Ich kann sagen, keine Ahnung, kann auch fahren, wenn ich jetzt möchte oder sowas. Im Regelwerk steht, dass es mit Absprache mit der Spielleitung passend zur Welt ausgesucht wird. Ja, okay, klar. Dass ich natürlich keinen Hacker jetzt in Aventurien spiele oder so und sage, Computerspezialist ist meine Befähigung. Das ist klar, okay. Aber angenommen, wir erstellen jetzt quasi unsere Charaktere. Die hat Basics und Name und ein bisschen Hintergrund und halt eben die Befähigung, vier Stück. Können auch fünf sein. Ja, genau so. Und ich sage jetzt zum Beispiel, okay, wir spielen halt so ein klassisches Fantasy-Ding und mein Charakter halt als Befähigungsschwertmeister. Der ist richtig gut im Schwertkampf und so. Das ist halt so sein Ding. Finde ich cool. Es ist das Ding, wo ich mir den vorstelle. Ein bisschen wie so ein Ken Sey oder so. Dann sagt der andere Typ daneben, ja, ich spiele so einen Barbar und meine Befähigung ist Waffenmeister. Ich kann halt mit Nahkampfwaffen gut umgehen. Dann ist ja per se einfach aufgrund dessen, dem seins, einfach besser als meins. Weil wenn uns beiden die Schwerter kaputt gemacht werden, nimmt er sich einen Knüppel und sagt, oh, kann ich auch mit umgehen? Das ist so ein bisschen so ein Problem, was ich halt auch bei so Fate und ähnlichen Derivaten hatte, die eben diese Sachen so frei definieren. Weil es gibt halt manche Sachen, die kannst du quasi fast immer anwenden. Gutes Beispiel, du sagst eben Klettern oder sowas. Zum Beispiel einer sagt, ich nehme Klettern oder Balancieren oder was auch immer so ein körperliches. Und ein anderer sagt, ich nehme, also jetzt sagen wir, wir spielen Shadowrun zum Beispiel. Und ein anderer sagt, ich nehme Parkour. Weil das kannst du dann nämlich so gut wie bei fast allem, was in diese Richtung geht, irgendwie anwenden. Wie macht man das, dass man da nicht dieses Problem hat? Weil ich sehe das nämlich irgendwie problematisch. Weil in dem Moment fühlt sich nämlich der erste Spieler, der sagt, mein Charakter kann richtig gut balancieren oder eben Klettern oder so, nämlich echt dumm. Weil er gesagt hat, ja, warum habe ich jetzt nicht Parkour genommen? Ich vollidiot. Oder warum habe ich nicht Waffenmeister genommen? Oder verstehst du das Problem da? Ich verstehe komplett, was du meinst. Und also da gibt es verschiedene Antworten. Also ich versuche jetzt mal, also das Erste ist, ja, also natürlich kann man jedes System irgendwie versuchen zu min-maxen und dann versuchen, sich besonders weit interpretierbare Begriffe zu geben. Aber, also das erste Problem damit ist, du kriegst ja gar nicht mit, wann deine Fähigkeit verwendet wird. Also das heißt, wenn die Spielleitung findet, das ist ungerecht, hat sie die Möglichkeit, das zu steuern. Also ich kann auf deine Waffenmeisterei würfeln, wann ich das für richtig halte. Aber soweit sollte es erst gar nicht kommen. Also ich könnte das zur Not verhindern, dass jemand hier hart seine Vorteile ausspielt. Aber soweit sollte es nicht kommen, weil es gibt einen Begriff, den habe ich im alten Regelwerk noch gar nicht drin, aber in meinem Kopf und in dem, wie ich es mittlerweile spiele, ist es schon drin. Das nennt sich Scaling. Und Scaling ist die Möglichkeit, Cinema als Steigersystem zu spielen. Nämlich du gehst hin und dann könntest du theoretisch richtig Listen anlegen, wenn du da Lust drauf hast, für deine eigene Welt. Und du könntest dir überlegen, was gibt es denn für Stufen von Fähigkeiten? Also sagen wir mal, im Sinne von Schwertkampf, bleiben wir beim Schwertkampf, wäre das das Erste, eine extreme Spezialisierung einer ganz bestimmten Waffe, Kurzschwert. So, also dann am Anfang als Einstiegscharakter machen wir aus, ihr könnt nur sehr eingegrenzte Befähigungen zu ganz bestimmten Sachen. Also du kannst Kurzschwert. Und deine Fähigkeit, dein Zusatzwürfel setzt dann ein, wenn du ein Kurzschwert benutzt. Und wenn du dann später irgendwie gespielt hast, die kleine Kampagne, und dann steigert sich das, dann wird aus dem Kurzschwert Schwärter. Das ist das Scaling. Und irgendwann wird daraus Waffen, also Nahkampfwaffen. So, also das wäre die erste Möglichkeit, das so ein bisschen in eine Steigerebene zu heben. Die zweite ist, das ist ebenfalls ein Zusatzding, was ich zurzeit benutze, Spezialisierung beziehungsweise Training. Ich mache dann meistens einen Tee hinten dran. Und wenn du jetzt zum Beispiel die Fähigkeit Schwärter hast, und du hast es dir ein Tee gegeben, also Training, dann kriegst du dafür nicht einen Würfel, sondern zwei. Also damit kann man dann quasi eine Sache noch mal besser. Ja, also so. Und, ja, also auf die Weise, es ist natürlich viel Absprache. Also Charaktere müssen immer mit Absprache, damit der Spielleitung gemacht werden. Und dann kann man aber eine gewisse Fairness ... Am besten dann auch alle gleichzeitig wahrscheinlich. Am besten zusammen. Und wenn sowas halt nicht passiert. Genau, ja. Genau. Ist ja dann auch cool, wenn man dann Befähigung wählen kann, die in Kombination mit anderen Charakteren funktionieren. Ja, wunderbar. Genau. Das fördert dann auch das Charakter-Zusammenspiel und so. Genau. Aber das ist halt immer so ein Ding. Also ich versuche halt bei Systemen immer ... Nicht, weil ich dasselbe machen will, das verstehe ich jetzt nicht. Aber ich versuche ... Where can I break the system so I can prevent it? Sodass ich wirklich weiß, okay, wo ist da was, was irgendwie broken ist, damit ich direkt sagen kann, hausregeln wir das? Oder wie machen wir das, damit das nicht passiert? Damit eben keiner von denen am Tisch irgendwie das Gefühl sich vorkommt, okay, ich komme jetzt echt dumm vor, weil ich das genommen habe. Und der war einfach kreativer. Und deswegen ist sein Charakter jetzt doppelt so cool wie meiner. Weil ich halt nicht schlau genug war, in dem Moment mir was, in dem Anführungszeichen, cleveres, wie Waffenmeister auszudenken oder so. Aber das passiert ... Das ist halt irgendwie immer doof so. Das passiert eigentlich nie. Also wie gesagt, durch die Kontrolle über die Spielung ... Die Spielleitung hat halt eine unglaubliche Verantwortung in diesem Spiel und muss, wie gesagt, Fan der Spielerinnen sein, sonst funktioniert es nicht. Also wenn ich versuche, was ich schon erlebt habe im Spiel, als Spielleiter die Spielerinnen zu besiegen, das kann ich in Cinema, klar. Was sollt ihr tun? In jedem System. Die, zack, Terraske vom Himmel, bumm. So, und es macht keinen Spaß und alle gehen nach Hause. Genau, da hat keiner gewonnen. Genau, und deswegen muss ich versuchen, das so ein bisschen zu moderieren und zu gucken, dass alle auch ihren Spaß haben. Ja, und alle auch Erfolge haben. Und das geht aber durch die Kontrolle, die ich im Cinema habe, sehr, sehr gut. Und der Schwerpunkt des Allgemeinen des Spiels liegt ja auch nicht darauf, sich mit anderen zu vergleichen, sondern den Charakter zu verkörpern. Und eine Geschichte zu erzählen. Selbst bei diesen Ungleichgewichten, also das kann ja sogar ein totaler cooler Plot-Hook sein, wenn der eine irgendwie Schwertmeister ist und der andere Waffenmeister und der andere ständig irgendwie besser ist, weil das kann ja auch erzählerisch irgendwie benutzt werden, irgendwie als Erzählelement. Natürlich muss man das dann irgendwie vorher irgendwie dann ... Im Idealfall hat man ja immer noch eine Session 0, wo man sich irgendwie vorher beschrichten, Charaktere zusammenbaut oder so. Und ich würde zum Beispiel auch immer sagen, wenn euch irgendwie im Spiel auffällt, dass eure Befähigung irgendwie kacke ist und ihr es eigentlich euch anders gedacht habt und im Spiel merkt ihr erst, eigentlich wäre was anderes viel cooler gewesen, was aber so ähnlich ist, zum Beispiel Schwertwaffenmeister, dann könnte man das noch on the fly in der Benutzung irgendwie ändern. Also das würde ich irgendwie so als Hack, als Hausregel, was ist ja eben gesagt, irgendwie so nutzen. Also wenn es halt Sinn macht dann. Genau. Das Ziel des Spieles ist halt hier auch extrem wichtig. Das Ziel ist es halt, nicht aus der Story herauszufahren. Und jetzt sage der Ari da gerade im Chat, das Würfeln ist für mich das Spannendste am ganzen Spiel und wenn man mir das als Spieler wegnimmt, dann ist das nichts für mich. Völlig d'accord. Da geht es dir wahrscheinlich genauso wie ganz, ganz vielen anderen Rollenspielern auch. Das ist eben, das habe ich glaube ich eben im anderen Stream auch kurz vorher schon mal gesagt, die andere Ebene von Immersion oder von Vertiefung in das Spiel. Da ist der mechanische Part des Spiels, eben das Würfeln für dich, das Wichtige, was das Spiel vorantreibt. Bei Cinema einigt man sich, bevor man es spielt, denke ich darauf, dass nicht der Würfelwurf das ist, was das Spiel vorantreibt, sondern die Erzählung. Dass coole Dinge passieren. Genau. Beschreibung. Cinematische wie in einem coolen Film. Und dann kannst du jetzt natürlich sagen, okay, ich mag Beschreibungen nicht so sehr wie Würfelwürfeln, von daher würde ich das System nicht nutzen. D'accord. Such dir das System, wo möglichst viele Würfel gewürfelt werden und dann hab Spaß damit. Nun müsste man darauf achten, nicht jedes System ist halt für jeden auch irgendwie was. Unruhen sagt ja auch gerade irgendwie dieses, für ihn ist dieses Antasten der Regeln und dieses Heraussuchen ist ja auch schon so ein Thrill, den man hat irgendwie bei der Charaktererstellung. Das kann ich voll nachvollziehen. Das fehlt bei vielen auch in solchen Systemen, weil man halt da irgendwie nichts, das fühlt sich so wabbelig an manchmal. Das ist ja das Problem, was ich auch häufig hab mit Fate und ähnlichen Sachen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, entweder ich hab jetzt unbeabsichtigt meinen Charakter zu krass gemacht und fühl mich deswegen schlecht oder irgendwie, ich hab irgendwie den Charakter dumm gemacht dadurch, weil so, und desto fixer quasi das Regelsystem ist, also desto mehr ich Bücher habe, für mich persönlich jetzt, wie gesagt, das ist nur was, das sehen andere Leute bestimmt anders, desto mehr habe ich das Gefühl, okay, da haben sich Leute irgendwie auf eine gewisse Balance geeinigt und die fest gemeißelt und ich picke mir die Sachen raus und im Zweifelsfall ist das dann auch meine Rechtfertigung zu sagen, ja, aber das steht halt so in den Regeln und zwar genau so, ich hab mir da jetzt nicht irgendwas aus den Fingern gezogen, was jetzt vielleicht zu stark, zu schwach oder sonst was ist. Dann kann man immer noch diskutieren, okay, Hausregeln wird diesen einen Zauberspruch, der jetzt aus irgendeinem Grund viel zu krass ist oder was auch immer oder so. Aber das ist so ein bisschen das Ding, wo ich persönlich sehr viel irgendwie Sicherheit rausziehe, im Zweifelsfall dann halt zu sagen, so, wir arbeiten sehr fix alle mit den gleichen Büchern und deswegen haben wir die gleichen Möglichkeiten, so. Und desto weniger das ist, desto mehr fühle ich mich häufig verloren, deswegen funktioniert auch für mich persönlich, wie gesagt, meistens so was wie Fade mich. So, vor allen Dingen, keine Ahnung, ich habe ja auch irgendwie schon mehrfach Sachen ausprobiert und dann hatte ich dann irgendwie eine coole Idee und ich fand die halt nicht irgendwie broken, und ich fand die einfach nur cool und die Spielleitung sagte, ja, das geht nicht, so nach dem Motto. Ja, das ist schon mal ein schlechter Ansatz. Und soviel zu Player Empowerment, weil da habe ich mich überhaupt nicht empowert gefühlt, sondern ich habe mich einfach beschissen gefühlt, so in dem Moment. So, und ich so, ja, aber das würde A, mein Charakter jetzt machen und das wäre doch total geil, das jetzt so zu machen. Und er so, ja, nee, das ist zu krass. Und ich so, aber ... Dann ist das keine Systemfrage, sondern eine Spielleitungsfrage. Das kann sein, ja. Aber dadurch, dass ich eben nicht habe, irgendwas, worauf ich im Zweifelfall deuten kann, natürlich kann eine Spielleitung immer das overrulen und kann sagen, interessiert mich nicht, was im Buch steht, Hausregeln, aber das sollte man im Zweifel natürlich vorher machen und nicht in der Situation, wo ich das mache, so. Aber das ist halt was, was mir unglaublich viel Sicherheit nimmt in einem Rollenspiel halt und warum für mich solche Themen häufig nicht funktionieren. So, krasse Ausnahme war jetzt Soth für mich bei Löffel, das hat irgendwie super gut funktioniert, weil irgendwie alle da so auf einem Level waren, das echt gut funktioniert hat und da haben wir halt überhaupt nicht gewürfelt, gar nicht. Und wir haben halt keine irgendwie Stuts oder so, sondern, ja. Ich denke, ich denke auch, dass dieses Einigen da drauf, also dieses, diese Session, bevor man los spielt, also, ne, dass sich zusammen, das Zusammensetzen und das Ziele setzen, wo wollen wir hin mit der Runde und so und was wollen wir erleben, das ist, glaube ich, in diesem System dann wegen diesem fehlenden Sicherheitsgerüst quasi nochmal viel, viel stärker und vor allen Dingen für den Spielleiter ein unglaubliches Hilfsmittel, weil der Marot hat ja eben schon gesagt, es gibt sehr, sehr viel Verantwortung auf den Spielleiter zu oder auf die Spielleiterin und das ist das ja quasi, du ersetzt dieses, dieses Gerüst des, des Regelwerks quasi, Naja, es ist ja da, ne, es ist ja durchaus da, es ist ja nicht, also es ist ja auch völlig nachvollziehbar eigentlich, ja, also die Würfel, da kann es auch offen spielen, ne, also wenn jetzt jemand sagt, ich fühle mich dabei unsicher oder der Spielleitung, die will mich da betrügen oder sowas, dann könnte man das auch offen würfeln, wäre überhaupt kein Problem, würde dann halt wieder zur Diskussion einladen, das wäre halt der Nachteil, ja, und dieses, vielleicht habe ich sowas bis jetzt auch nur mit den falschen Leuten irgendwie gespielt, aber irgendwie, habe ich immer sehr schnell das Gefühl, ich ertrinke da drin, ich verliere mich da drin oder irgendwas, fühle ich mich nicht wohl, so weniger Regeln, ich habe es so. Fade wird aber auch fälschlicherweise als sehr offenes System bezeichnet, ich finde nicht, dass es das ist, ich finde, dass Fade extrem mechanisch ist und sich unglaublich viel um die eigene Mechanik dreht und dadurch auch sehr viel zumacht, ja, also ich, mein Freeplay kann ich viel mehr erzählen, als ich das mit Fade könnte, Fade schränkt eigentlich durch diese Aspektfindung da die ganze Zeit super ein und aber gibt die Illusion von ich kann alles machen und dann hast du halt so Situationen, wie du beschrieben hast, dass dann gesagt wird, nee, aber das ist jetzt zu krass und in Cinema würde das nicht passieren, sondern du würdest das machen und es wäre halt vorher, würden wir uns schon abmachen, okay, was kann denn deine Befähigung, wenn du jetzt eine geile Idee hast für irgendeine Zauberart oder sowas, keine Ahnung, Zeitmagie, ist so der Klassiker, dann würde ich mich schon mit dir hinsetzen und dann würde ich dich fragen, okay, was beinhaltet denn bitte Zeitmagie und dann würden wir das so ein bisschen uns überlegen und wenn du die dann anwendest, dann würfel ich und das Schöne ist, ich kann zur Not ja sagen, okay, ja, der will jetzt aber hier irgendwie zehn Tage in die Vergangenheit reisen und wir hatten vorher gesagt, er kann da aber eigentlich nur so ein paar Minuten in die Vergangenheit zurück, so, okay, aber das passt jetzt gerade storymäßig, aber jetzt, ja, das will ich aber dann schon zwei bis drei Erfolge davon, ja, also zwei voller Erfolge und mindestens einen halben und dann würde ich das würfeln, du hast vielleicht gesagt, ich gebe alles mit fünf Würfeln und wenn es dann scheitert, dann würde ich nicht hingehen und sagen, nö, es klappt nicht, sondern du würdest, das würde irgendwas anderes passieren, du würdest nicht zehn Tage in die Vergangenheit reisen, sondern irgendwie ein Jahr oder so und dann wäre halt irgendeine schräge Nummer und du müsstest da dann wieder raus und so, das ist jetzt eine klare, also, ja, also ich würde, failing forward und das kannst du aber mit jedem System tun, nicht verhindern, dass die Leute etwas tun, sondern es eben daraus eine interessante Geschichte machen. Ich denke aber auch, diese Runde bei Löffel, die du ja eben beschrieben hast, zeigt das ja ganz gut und ich weiß ja, wie auf einer Wellenlänge ihr zum Beispiel agiert, ich weiß jetzt nicht, wer noch in der Runde drin ist, aber ich denke mal, dass es, diese Chemie muss halt stimmen und man merkt das halt in jeder Rollenspielrunde, wenn die Chemie halt irgendwann irgendwo hakt, dann wird das meistens auch nicht mehr gut. Maroth hat jetzt nur ganz viel Erfahrung, auch um sich SpielerInnen zu suchen über die Drachenzwinge, also von überall her, hat jetzt halt dann damit auch Erfahrung, irgendwie die unterschiedlichsten Spielertypen wahrscheinlich auch zusammen zu trommeln, die sich dann unter diesem System versammeln und ich habe jetzt kaum Erfahrung mit Cinema, ich habe es erst einmal gespielt, das als Spieler erlebt und ich fand es gewöhnungsbedürftig, selbst für mich, der das mag, als freies Spiel, aber es hatte, ich brauche glaube ich auch mehr davon, deswegen werde ich wahrscheinlich irgendwann nochmal auch intensiver mich damit befassen. Ja, es ist eine andere Art des Spielens einfach, als jetzt so dieses Klassische. Da muss man sich damit gewöhnen. Das ist sehr cool, sagt auch gerade, irgendwie hat ein paar Beispiele für regelarme Systeme gebracht, die vielleicht ähnlich sind. Das Arcana-Kartensystem von Engel, da kann ich jetzt ja gerade mal was dazu sagen, weil wir die Splitterdämmerung ja da mitspielen in einem ähnlichen System. Da hatten wir nämlich innerhalb der Runde, also hatte ich mit Marot und wir als Spielrunde generell auch eine Diskussion drüber. Wir benutzen die Karten mittlerweile schon fast gar nicht mehr, diese Arcana-Karten, weil sie eben diese Meta-Ebene eröffnen, die wir nicht haben wollen. Weil du musst die Karte ziehen, du musst die Karte interpretieren, du musst darüber diskutieren, was die Karte bedeuten könnte. Manchmal passt sie nicht zu deinen Vorstellungen, blablabla. Alles, was das Arcana-Kartensystem mit sich mitbringt. Und das heißt, du bist aus der Spielszene raus. Und das hast du hier halt komplett nicht, weil hier entsteht ... Obwohl man da sagen muss, dass Splitterdämmerung ich jetzt persönlich, wenn ich darauf gucke, nicht mehr wirklich als das klassische Rollenspiel sehe. Wir setzen uns an den Tisch und spielen unsere Kampagne durch. Wir haben die Kampagne als Leid. Genau das machen wir doch. Moment. Moment. Also nicht als klassisches Rollenspiel in Richtung, wir spielen hier unsere Charaktere und wir haben unsere Werte etc. pp. Ich sehe das schon inzwischen schon fast eher als Impro-Theater. Das ist das, was man früher in der Schule gemacht hat. Und das finde ich auch nicht schlecht dran. Das muss ja nichts Schlechtes sein in dem Fall. Jetzt ist die Frage, was ist der Unterschied? Also da können wir jetzt eine riesen Diskussion eröffnen. Was ist der Unterschied zwischen Impro-Theater und Rollenspiel? Oder ist Rollenspiel automatisch diese Würfelnummer? Oder nicht? Oder ist das einfach ... Also ich zum Beispiel würde den Standpunkt vertreten, dass Rollenspiel erstmal das Spielen einer Figur ist. Und diese Würfelsache einfach nur eine Mechanik ist, die wir brauchen, um Fairness zu generieren. Die halt am Anfang, dafür erschaffen wurde. Aber das definiert nicht Rollenspiel. Nur weil es am Anfang so benutzt wurde, ist das für mich nicht Rollenspiel. Aber das kann man anders sehen. Ich glaube, dass ... Impro-Theater ist nämlich was anderes. Im Impro-Theater gibt es keine Spielleitung. Und vor allem erzählen wir ... Also für mich ist Impro-Theater auch eine physische Sache. Ah, da muss ich aber kurz sagen, nee, das stimmt nicht ganz. Also es gibt oft beim Impro-Theater eine Art Spielleitung. Das ist dann meistens ein ausgemachter Mensch aus der Gruppe, der einen gewissen Rahmen bietet. Ja, es ist aber nicht dasselbe. Es ist einfach nicht dasselbe. Also ich kann sofort unterscheiden, was Rollenspiel ist. Ich glaube, das ist eine Diskussion von einem anderen Abend. Absolut. Das ist irgendwie sehr interessant. Fiasco. Auch schön. Es gibt eine Cinema-Runde auf meinem Kanal als One-Shot. Inter-North-Syra, die ist sogar von der Story her wirklich cool gelungen. Auch mit einem sehr coolen Plot-Twist am Ende. Sehr, sehr, sehr schön geworden. Da könnt ihr mal reingucken. Oder natürlich auf rollenhörspiel.de gibt's etliche Geschichten, die mit Cinema gespielt wurden. Alles. Von der fantastischen Geschichte über die historischen Geschichte bis in die klassische DSA-Fantasy. Alles dabei. Da könnt ihr euch ein Bild machen, davon wie ein Spiel damit aussieht. Beziehungsweise bei Rollenhörspiel ist halt, es hört sich an. Ihr hört die Runde ja dann. Gut. Dankeschön, dass ihr alle dabei wart. Kaku, Ella, Naumaut, Ossi, Umbreon. Macht's gut. Vielen, vielen Dank für alles. Tschüss. Tschüss, schönen Abend noch. Schlaf gut. Schade. Wobei. Aber ihr könnt ja auch mal da gucken. Oder da gucken. Macht das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.